Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Was ist ein Rollstuhlfahrer in Karnibalendorf? Essen auf Rädern! Das war der Montagswitz für die Woche. Ich hoffe, euch hat er geschmeckt. Wenn ja, lasst meinen Daumen hoch da, schaut auf mabacher.tv meiner Facebook-Seite vorbei. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Nicht vergessen, Lachen macht lustig.